Die Bewegung des Kniestreifens Die Bewegung des Bogen, weil wir hier auch mit dem Boxstoß arbeiten, würde ich in jedem Fall empfehlen, Handschuhe zu tragen, weil die Verletzte zu Gefahr doch relativ groß ist. Okay, machen wir es einmal langsam und eins. Ich mache einen Schwinger und zwei. Thorsten tritt, ich blocke und schlage. Und eins und zwei. Und eins und zwei. Einmal schnell. Untertitelung des ZDF, 2020